Ich glaube, wir kommen in das Portal wieder Okay, bei mir ist jetzt der links, dann kann ich in das Portal reinspringen und dann komme ich keine Ahnung wo raus Ja Es ist gleich dunkel Wow Feuer, Feuer machen, Feuer, Feuer machen Zack So, ich könnte Abigail schon rufen Zack Jetzt muss ich nur ein Opfer bringen, töte ich dich, Centus Richtig Ich brauche eine Seele Weil du mich töten dafür, ne? Du bist auch im Sack Achso, wenigstens eine Freundin Mhm Sackgesicht Und du stirbst wieder daran, weil du Angst hast Mhm Die nicht Das ist der gute Vorteil, ja Mhm Die Die Stört sich nicht dran An Geistern Ich sehe gerade, ich muss ein bisschen was essen Schaufeln Gucken Kochen 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 Solange das Feuer noch hält Wir müssen unbedingt Maschinenteile wiederfinden, für den Kühlschrank Mhm Und mehrere Feuer ausstellen Mhm Das habe ich auch immer gemacht Über Nacht halt immer einen Block überall reingeschmissen, dass man so einen kleinen ausgeleuchteten Weg hat Ja Oder man zwischenhalten kann, das war immer ganz geil Ach, dann ruhig Nein Doch Und die Blumen, die bringen Herzen Gehirn Herz, bei mir Ja War das nicht bei den Typhi Herren Ne, ich habe die Ich glaube auch das Mädchen, das bringt Mir Gehirn Ich habe jetzt 197, jetzt fresse ich eine Blume Ich habe Herzen bekommen dadurch 189 195 Ja auch 195 Ich kriege Herzen dazu Also ich nutze Aber drastisch Also weiß ich immer, wenn mein Herz ganz weit unten ist, dann unbedingt Blumen fressen Dann kommst du bei jemandem anders Kann sein, ja Sei mit dir Hopp Abverschlungen werden und wieder ausgespuckt werden auf der anderen Seite Das passt zu dir Ne, zu dir So, ich habe schon ein paar Bäume aufgestellt, die für später zum Verbrennen da sind Ja Ah, ich sehe, glaube ich, hier sind auch Ich glaube, du meinst Blumen zusammenbringt Ja, oder nicht? Ne, beim Futtern Kann auch bei jedem Charakter auch unterschiedlich sein, haben wir auch andere Bedürfnisse Du hast noch gar keine Science Maschine gebaut, ne? Die eine Maschine, die Alchemie Maschine steht schon da Ja, sehe ich schon Das ist schon Ai mi Und komm her Jetzt können wir noch ein paar Sträucher suchen aber wir hätten nur rechts neben das portal gehen müssen da ist schon direkt ein paar steine gewesen passiert egal kann man zweites feuer aufbauen passiert 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 habe ich gesagt ja zweites feuer ist aber gut waschgeige futter 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 wie bei muttern musste man die sträucher müsste man glaube ich auch mit der arbe schmeißen damit die wieder wachsen ich glaube die einzigen die nachwachsen waren direkt die äste das habe ich dafür noch ein stein ist klar wir haben mehrere steine schon hier in der nähe das portal hat sich ganz gut dadurch dass wir das so nah am wasser haben können eigentlich nur pinguine reinfliegen die uns ärgern können aber sonst nicht ja passiert doch eh nur was wenn du die auch angreifst ja das ist das problem aber sonst gefällt mir noch mehr steine noch mehr steine wie viel stroh und stecker hast du und neun stöck 12 ok da müssen wir eine truhe bauen damit wir ein paar wände noch aufstellen könnten da ist schon ein paar aufgestellt für den anfang oh den wollte ich abernten ist doch nicht so dass ich das sehe ne ich meine ja nur was für ein plan von mir verfolgen kannst mein super plan gegen die ganzen ollen viecher was für ein plan? wegen den hunden was für ein plan? die hunde da so einzusperren was für ein plan? ah nervt nicht wir bauen nachher so einen tunnel da können wir durchgehen am ende platzen einfach ein Heublock da in der mitte ja was für ein plan? ach komm du bist dumm oh nein ist hier dunkel nö bin ich nicht bin ich dumm bin ich du? doch du bist dumm bin ich dumm na den weiß ich nicht hab das dafür wir haben jetzt eigentlich mehr engine nach das zweite ding auch schon ich habe genug gestein mitgebracht gehabt also schon mal geil hat die dritte wird die dritte wird schwer schwerer ja bisher nicht so schlimm die sind will die doch setzen du weißt das nicht weil du keine ahnung läuft alles aber noch zwischendurch hast du vielleicht problem mit deinem rechner eigentlich nicht ich sehe jetzt hat bäume wachsen auch gut super hallo du siehst er rennt die ganze damme weil er dagegen geht jetzt wird es mir zu dunkel ich habe ich denn ich könnte mal wieder eine wand bauen eine wand machen wir aber eine kiste haben wir noch nicht ich habe zu wenig holz aber dafür doch ich habe holzig neben dir ach so danke ja ich baue immer so ich versuche mal so eine wand oder vier wände die man machen kann herzustellen ja ja aber man nicht ich habe schon eins warte und wir haben wo stellen wir die denn auf wir stellen die mal wir sind so blöd für gut dass man das nicht sieht so behindert bist na du bist behindert komm mal na ich auch da noch man ¡Clap! �i we Absolutely Leg Das ist normal beim speichern ach sehr ruhig so planten 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 Stecker sind immer gut Fair Bemflesen Ich zieh mich nicht durch die Gegend, du Sack. Warum nicht? Warum nicht? So, hier lasse ich mal Platz noch zwischen. Kann man noch was... Vielleicht noch einen Ausgang planen? Nö, kann man nicht. So. So, dann würde ich sagen, da das Feuer ziemlich groß ist... Ja. Stell ich das zweite Mal hier auf. So, das zweite steht auch. Mhm. Sehen das Futter verbrennen. Mhm, mhm. Jetzt wollen wir Holzkohle werden, das ist ganz gut. Nö. Was kommt denn da drauf? Und Fallen herstellen. Und dann da drauf, dass die Holzkohle gut wäre. Wann sie nicht. So geraten. Musst du. Hat das auch schon bei mir gepflanzt? Nein. Das sind ein bisschen viele, ne? Die sind da einfach so aufgetaucht. Ja, 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 ja. Sind nur so ein paar Setzlinge. Sind einfach so aufgetaucht als Setzlinge. Okay. Das verstehe ich denn. Ja, ne? Aber macht ihr bitte ne Schaufel und reißt die Dinger doch gleich raus. Hey. Blöd. Die stumpfen. Die noch stehen. Ja. Ich weiß nicht.